hallo willkommen zu einem neuen video heute geht es um wetter preset ich habe mir überlegt ja man sollte die wetter engine auch für die videos besser nutzen und ja ich hatte jetzt wenig zeit und lust stundenlang tagelang rum zu fregeln mit wetter einstellungen bis man mal richtig episches wetter hat für die videos also habe ich mich umgeschaut und ich habe ein äußerst bezahlbares produkt gefunden habe es mir privat gekauft bin sie also nicht gesponsert ich stelle es nur vor weil ich es einfach gut finde aber gehen wir da mal das ganze anschauen ich habe das bei aerosoft gekauft und zwar weil aerosoft habe ich gute erfahrungen gemacht über ja schon fast jahrzehnte nette fähige leute guter support tolle produkte auch die eigenen und ja im shop kann man mit amazon pay bezahlen finde ich praktisch ich möchte keine tausend verschiedenen bezahlungsmethoden mehr zulegen also finde ich ganz gut so weiter preset pro kostet 11 99 und das finde ich äußerst bezahlbar wir haben hier sehr abwechslungsreiche wettertypen 60 voreinstellungen alle möglichen sachen also für 1199 tolle sache aber schauen wir es uns an so hier stehen wir also das ist st johan in tirol das ist eine schöne landschaft um einfach diese wetterpresets auszuprobieren und ja hier natürlich die neue lackierung auf einer robin 400 das ist eine ziemlich einfache sache eigentlich aber ist einfach schön als gimmick wenn man am flugzeug da das eigene doko hat ja nette spielerei so dann wollen wir mal schauen die wetterpresets was nehmen wir denn da passend zum heutigen wetter wäre eigentlich regen ganz praktisch leichter regen prübe geschichte blizzard klingt interessant auch ok ja nicht wirklich aber erstaunlich ja das können wir doch mal legen ok ok i love the best schön auf die spiegelung von der nassen vartei so wir befinden uns in der luft ich habe da mal etwas gas gegeben das hatte mit dem start nicht so wirklich super toll geklappt ja man sieht hier schön die lichtverhältnisse von den wetterpresets und die beugen die sonne die sonne schaut ja ruhig oder so ja schön fantastisch ja ja ok Ja, das ist die Kaffeein. Daher geht es nicht. Daher geht es nicht. Daher geht es nicht. Daher geht es nicht. Dann kommen wir nochmal rück. Der ist ja der Kaffeein. Super, das ist ja der Kaffeein. Das Sand wäre natürlich keiner. Wie sieht denn der Straß von da oben aus? Traumbar. Wie guckst du den Kaffeein? Wie ist die Kaffeein? Die Kaffeein? Die Kaffeein? Die Kaffeein? Ah ja. Die Kaffeein? Okay. Wow. Sehr schön. Ich bin klar, dass die Landschaft keine Rolle mehr drunter ist. Das ist komplett fantastisch. Wir müssen jetzt probieren, dass wir noch ein paar Püster haben, wenn es jetzt liegt. Hier bleibt es das Bein. Wir gehen jetzt mal mit Zwiebeln. Oh, ja gut. Wir haben also in der größten Züge gesteckt, dass wir es jetzt kriegen. Ja, also nicht begeistert. Da habe ich das nicht von Hand verfüllen müssen. Erst mal kann ich machen, kein Trimmer. Ja, aber möglicher als normaler Pöttonormalverbraucher ein bisschen was anfangen. Wie eigentlich. Einfach? Das ist irgendwie nur ... ... so easy. Das geschickt wieder ein bisschen fast normaler. Jetzt auch nicht möglich. Also das macht schon Spaß. Ich muss jetzt sagen. Das ist einfach ... ... nochmal eine Dimension. ... und hier. ... ! ... unser Wetterengine, ... ... die Unterbahn. ... die geometrischen Welt. ... ... ... ... Okay, it's bad enough. 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 Okay, let's go. 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 Okay, let's go.